Als nächstes zeige ich euch mal ein paar Imaginationen oder Techniken, die man direkt durchführen kann, also entweder mitten am Tag oder beim Einschlafen, also wenn man versucht einzuschlafen und es funktioniert nicht, dann kann man diese Techniken anwenden. Und ich spiele einfach mal ein paar von diesen Techniken durch und ihr könnt euch die jetzt mal anhören, vielleicht mitmachen, zumindest zum Teil oder vorstellen, wie das so wäre. Und die natürlich auch modifizieren, das sind ja jetzt alles nur Anregungen, die meisten davon habe ich durch Studien kennengelernt, als ich also ganz viel recherchiert habe zur Hypnose und Einschlafen. Aber es ist tatsächlich nichts, wofür man wirklich eine ausgiebige Hypnose benötigt. Also was man eigentlich braucht, um diese Techniken durchzuführen, entweder nur Entspannung, dann braucht man nur die Technik, oder als ersten Schritt die Entspannung und dann kommt irgendwas zweites. Vielleicht sogar was drittes, also das kann man sich dann ja zusammenstellen, wie man will. Aber so Hypnose, das ist eben das Grundprinzip, man hat erstmal eine Induktion, das besteht einfach nur in der Entspannung. Und als zweiten Schritt hat man dann häufig irgendwelche Imaginationen oder Suggestionen und das war es im Prinzip. Also erstmal Entspannungstechniken, die kann man auch allein schon machen, das reicht auch schon. Damit fange ich jetzt an. Eine davon ist progressive Muskelentspannung, kennen wahrscheinlich die meisten. Und hier ist mein Tipp, fangt mit dem Kopf an. Das wirkt am allerbesten. Fühlt also vor allem eure Zunge und euren Kiefer, wie sich diese komplett entspannen. Als nächstes könnt ihr dann euch vorstellen, wie zum Beispiel euer ganzes Gesicht sich entspannt anfühlt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein klein bisschen so zucken und dann wieder aufhören. Und was mir besonders auch hilft, ist mir vorzustellen, dass sich das Gehirn entspannt. Ist natürlich nicht so, dass da irgendwelche Muskeln sind, die sich entspannen, vielleicht irgendwo am Kopf schon, aber diese Vorstellung triggert bei mir einfach nur eine nicht nur körperliche, sondern auch eine geistige Entspannung. Und das finde ich einen ziemlich guten Zusatz zu dem ansonsten sehr körperfokussierten Entspannen bei dieser Technik. Also euer Gehirn entspannt sich, eure Gedanken entspannen sich. Und dann könnt ihr durch den Körper gehen, so detailliert oder grob, wie ihr wollt. Zum Beispiel grob könnt ihr auch einfach sagen, der ganze Oberkörper entspannt sich. Der ganze Unterkörper entspannt sich auch. So, und dann seid ihr eigentlich schon durch. Das ist dann so eine schnelle Version. Und ihr könnt es natürlich auch langsamer machen und jedes einzelne Körperteil, einzelne Punkte durch den Körper wandern mit der Aufmerksamkeit. Eine bisschen andere Variante ist autogenes Training. Das funktioniert im Prinzip auch so, dass man verschiedene Punkte im Körper durchgeht mit der Aufmerksamkeit. Nur, dass man sich dann zusätzlich zur Entspannung noch Sachen vorstellt, wie zum Beispiel, dass das so eine angenehme Flüssigkeit ist, die einfach durch den Körper durchgeht, eine Energie. Oder, dass man Wärme an den einzelnen Körperstellen empfindet. Genau, also ihr könnt da ja auch einfach ausprobieren, was ihr euch an den verschiedenen Stellen vorstellen wollt. Was zur Entspannung auch noch gehört, ist die Atmung. Da hilft es, langsam zu atmen, so langsam, wie es halt noch angenehm ist. Und diesen Atem einfach bewusst wahrzunehmen und sich auch vorzustellen, das geht jetzt schon in Richtung Hypnose, dass jeder Atemzug einen noch tiefer in die Entspannung bringt. Da ist dann also schon eine Suggestion drin. Aber man sollte sich jetzt nicht anstrengen, besonders langsam zu atmen oder so. Was ich zum Beispiel besonders gut finde zum Einschlafen ist, wenn ich imitiere, wie ich atme, wenn ich schlafe. Das ist ja mehr so ein schon recht tiefes Einatmen, aber dann ein sehr scharfes, schnelles Ausatmen und dann einfach eine sehr lange Pause. So, das allein kann ja alles schon ausreichen. Was man manchmal noch bei der Hypnose macht, ist, dass man erstmal die Augen entspannt, wenn die noch offen sind. Dann fixiert man eine Stelle irgendwo im Raum, guckt die ganze Zeit an diese Stelle und versucht sich nur darauf zu konzentrieren. Und es wird dann irgendwann ein bisschen anstrengend. Und dann sagt man ja, okay, jetzt können sich deine Augen schließen. Und dann ist es eben sehr viel leichter, schon mal in die Entspannung zu kommen. Was in der Hypnose auch noch zur Entspannung eingesetzt wird, ist, dass man sagt, ich zähle jetzt bis 5 und bei 5 bin ich total entspannt. Und wenn man dann bei der 5 ist, kann man zusätzlich noch ein Triggerwort benutzen, zum Beispiel Schlaf. Und das soll einfach bedeuten, jetzt kannst du dich total entspannen. Und wenn ihr dann irgendeine von diesen Entspannungstechniken gemacht habt, seid ihr vielleicht schon eingeschlafen. Falls noch nicht, könnt ihr dann zum Beispiel Suggestionen machen. Was mir zum Beispiel gut hilft, es ist auch in Studien schon untersucht worden, dass das gut ist, wenn man dann sich verschiedene Wörter sucht, die mit Schlaf und Müdigkeit zu tun haben. Einfach alle möglichen Wörter, die einem dazu einfallen, durchgehen. Schlaf, schläfrig, müde, schwere Augen, entspannt, tief, ruhig, gemütlich, eingekuschelt. Und loslassen. Und dann, wenn einem keine weiteren Wörter mehr einfällen, einfach wiederholen und das alles nochmal durchgehen. Und was so ein bisschen gegen Katastrophieren hilft, also so Gedanken, oh mein Gott, jetzt kann ich wieder nicht einschlafen. Da kann man dann auch daran denken, es gab Zeiten in deinem Leben, wo du gut einschlafen konntest. Also grundsätzlich weiß dein Körper, wie es geht. Und dann einfach diese paradoxe Intention, das ist noch aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Versuch einfach nicht unbedingt einzuschlafen. Versuch es nicht zu stark oder versuch es gar nicht. Stell dir einfach vor, du willst einfach nur gemütlich rumliegen. Vielleicht gab es auch mal Zeiten, wo du wirklich Schwierigkeiten hattest, wach zu bleiben. Und dann stell dir einfach sowas vor. Du sitzt im Bus, du versuchst, die nächste Haltestelle nicht zu verpassen, aber du bist voll müde. Dein Kopf knickt immer wieder weg. Und so geht es dir jetzt. Eigentlich müsstest du gleich aufstehen. Und so weiter. Also jetzt paradoxerweise denkst du an das Gegenteil. Und trotzdem macht das dich erst recht müde. Und das funktioniert viel besser, als wenn du so krampfhaft versuchst, einzuschlafen. So, dann gibt es noch die Imagination. Da stelle ich jetzt auch mal ein paar vor. Stell dir zum Beispiel vor, du bist an einem Bach, an einem Gewässer, vielleicht auch ein großer Fluss. Und es ist sehr gemütlich, ein schöner Tag. Du liegst einfach nur in der Wiese, bist total entspannt. Schaust dem Wasser zu und von den Bäumen fallen Blätter ins Wasser. Und diese Blätter, das sind deine Gedanken. Die Gedanken fallen einfach ins Wasser und fließen mit dem Fluss weg. Und das ist eine sehr entspannende Vorstellung, die halt auch die Gedanken beruhigt. Wie gesagt, man kann sich diese Vorstellung komplett anders ausmalen. Das muss jetzt nicht an dem Wasser sein. Kann auch an dem Garten sein. Die Blätter fallen einfach runter. Was auch immer. Du kannst dir irgendwas dazu ausdenken. Aber es ist schon wichtig, dass du in diesen Imaginationen jetzt nicht irgendwie voll aufregende Dinge dir vorstellst. Vielleicht schon schöne Dinge, wie zum Beispiel du fliegst oder so. Das kann schon ein klein bisschen abenteuerlich sein. Aber nicht so aufregen, dass es dich eben wieder wach macht, wo du dann plötzlich über Probleme und Sorgen nachdenkst oder den nächsten Tag planst. Weil genau das sind eben die Dinge, die passieren bei den Leuten mit Schlafproblemen. Die denken nicht unbedingt mehr als die Leute, die schnell einschlafen. Aber die denken halt viel mehr an Probleme oder planen irgendwas. Während halt Leute, die schnell einschlafen, sehr viel mehr in Bildern denken. Und die Bilder, die laufen auch teilweise automatisch ab. Man kontrolliert sie nicht komplett. Und es sind halt auch angenehme Bilder. Was du also auch machen kannst, Hypnagogien betrachten. Du kannst zum Beispiel mit normalen Vorstellungen anfangen. Dir eben, wie gesagt, eben sowas vorstellen, was ich gerade beschrieben habe. Und dann einfach gucken, wenn sich da was ändert. Wenn automatisch irgendwas reinkommt, was vielleicht auch gar nicht so logisch ist. Das einfach zulassen und beobachten. Und dir genauer angucken. Ich habe übrigens einen Trick. Das ist besonders für Leute, die sich mit Klarträumen beschäftigen. Wahrscheinlich sehr cool. Es gibt ja eine Technik namens SSILD, Senses-Induced Lucid Dreaming, bei der man beim Einschlafprozess verschiedene Sinneskanäle nacheinander durchgeht und einfach immer darauf achtet, was man da gerade wahrnimmt. Und ich wende das während meiner Hypnagogien an. Das heißt, ich achte nicht darauf, was ich mit meinem Körper im Bett wahrnehme, sondern tatsächlich, was ich sehe von meinem inneren Auge. Also wie die Hypnagogien visuell dargestellt sind. Und im nächsten Zug achte ich darauf, was ich vielleicht Hypnagog höre oder was ich dann auch fühle. Und dabei ist es auch nicht so wirklich wichtig, dass man da immer was Greifbares wahrnehmen kann. Dass das so wirklich was da ist. Einfach nur darauf achten, das reicht mir schon. Zum einen, damit dann was aufkommt. Zum anderen auch, damit es mich ablenkt von den normalen Gedanken, sodass ich dann auch müder werde oder wegdämmere, ohne es halt zu merken. Also für mich ist das eine richtig coole Technik, weil ich dadurch zum einen besser einschlafen kann, wenn ich sowieso nachts mal aufgewacht bin. Und zum anderen habe ich dadurch auch häufig Klarträume. Aber nicht alle Leute können sich Hypnagogien einfach so aktivieren, dass dann welche auftauchen. Klappt bei mir auch nicht immer. Und dann ist es sinnvoll, sich einfach irgendwas vorzustellen. Und dann kann man auch in dieser Vorstellung immer mal den Sinn, Sinneskanal wechseln. Und vielleicht darauf warten, dass ab und zu mal ein paar automatische oder unlogische Elemente mit reinkommen. Weil je unlogischer es wird, umso näher bist du am Traumzustand. Und da willst du hin. Übrigens hilft es auch, wenn man sich am Tag mit kreativen Gedanken, mit Asse, Sessionen, mit automatischer Kunst und so weiter beschäftigt, um sowas zu üben, zu trainieren, dass man Gedanken unlogisch werden lässt oder dass sie automatisch werden, dass man die Kontrolle über die Gedanken los wird. Dazu gehört natürlich auch, dass man den inneren Zensor ausschaltet, zumindest für die Zeit und halt auch den inneren Perfektionisten. Weil bei automatischer Kreativität geht es überhaupt nicht darum, dass am Ende irgendwas brauchbares dabei rauskommen soll. Sondern wirklich nur um den Prozess selbst. Manchmal kommt dann am Ende dabei was Interessantes raus und dann kann man das aufbewahren, aber das ist echt nicht der Fokus. Vor allem, wenn man es als Technik benutzt, um zu lernen, ja mal von seinen normalen, rational planenden oder sorgenhaften Gedanken abzuschalten. Andere Leute haben auch Erfolg, wenn sie irgendwelche Mantras im Kopf durchgehen. Das ist nicht so mein Ding, aber vielleicht ist das auch eine Idee für dich. Dann die nächste Imagination. Zunächst mal entspann dich wieder. Achte auf deinen Atem. Ja, schön, entspannen. Und dann stell dir vor, du bist ein Delfin. Stell dir vor, du bist in einem Ozean als Delfin. Du tauchst ein und du tauchst immer tiefer in diesen Ozean, immer mehr zum Grund. Du kannst vielleicht auf dem Grund Korallenriffe sehen und alles mögliche schöne andere Fische. Und während du dir das vorstellst, mach dir klar, dass dieser Ozean dein Schlaf ist und je tiefer du eintauchst, umso mehr kommst du auch in den Tiefschlaf. Diese Vorstellung, diese Hypnose hat übrigens, die dauert gar nicht lange und die hat in der Studie tatsächlich dazu geführt, dass die Leute mehr Tiefschlaf hatten. Verglichen mit der Kontrollgruppe, die haben sich dann vorgestellt, dass sie ganz oben am Gewässer schwimmen, an der Wasseroberfläche und dass sie dann nur einen flachen Schlaf haben werden. Und die hatten dann halt auch viel weniger Tiefschlaf. Eine ganz lustige Imagination besteht auch darin, dass man sich vorstellt, man befindet sich vor zwei Wegen, also eine Weggabelung. Man kann sich jetzt entscheiden, welchen Weg man gehen wird. Und der eine Pfad, der führt einen in eine tiefe Entspannung und anschließend in tiefen Schlaf. Der andere Pfad führt einen direkt in den tiefen Schlaf. Die finde ich ganz lustig, weil man quasi gar keine andere Wahl hat, als einzuschlafen, egal welchen Pfad man wählt. Eine Hypnose, die war besonders wirksam bei Frauen nach der Menopause, weil die haben sehr viel Hitzewallungen. Aber ich meine wegen den immer häufiger werdenden heißen Sommertagen, wird das wahrscheinlich für jeden Mal interessant sein. Stell dir vor, du gehst in die Berge und du siehst verschiedene Pflanzen dort, Gebirgsbäche, kannst vielleicht deinen Fuß in das kalte Wasser eintauchen. Und bei dieser Vorstellung dominieren neben der Ruhe halt auch die Vorstellung von Kühle. Und ansonsten passiert da gar nicht sehr viel. Und trotzdem hilft das, um besser schlafen zu können. So Vorstellungen müssen nicht aufwendig gestaltet sein. So, jetzt möchte ich nochmal auf eine Klartraumvorstellung eingehen, wobei hier der Fokus nicht wirklich das Klarträumen selbst ist, sondern mehr so die Traumkontrolle. Studien zufolge ist Traumkontrolle etwas, das mit einer verbesserten geistigen Gesundheit zusammenhängt. Stell dir einen Traum vor, den du hattest. Wenn du dich an keinen erinnerst, stell dir einfach vor, was du vielleicht träumen könntest. Und an verschiedenen Stellen dieses Traumes kannst du so ein Rescripting vornehmen. Das heißt, du wiederholst einmal die Stelle und dann denkst du dir, nee, das will ich jetzt anders machen. Und mach einfach, wie du willst. Erlebe an der Stelle einfach irgendwas komplett anderes. Das kann natürlich auch nur eine Kleinigkeit sein, die du veränderst. Wichtig ist, dass diese Veränderung natürlich etwas Angenehmes, was Positives für dich darstellt. Und du kannst dir an jedem Punkt dieses Traums vorstellen. Naja, es ist ein Traum. Deswegen habe ich hier die volle Kontrolle. Und deswegen kann es jetzt auch anders weitergehen. Das ist übrigens auch eine Methode, die man gegen Albträume einsetzt. Also wenn du zum Beispiel auch Probleme mit Albträumen hast, die vielleicht auch zu Schlafstörungen führen, das ist auch schon nachgewiesen, dass Klarträume gegen Albträume helfen und dadurch wahrscheinlich auch bei Schlafstörungen helfen können. Also stell dir zum Beispiel vor, du würdest die Albtraumfigur konfrontieren. Weil es ein Traum ist, kann dir ja nichts passieren. Da kannst du vielleicht den Mut fassen, den du vielleicht nicht hattest, als du dachtest, es wäre real. Konfrontieren kann verschiedenes bedeuten. Du kannst auch unterschiedliches ausprobieren, zum Beispiel darauf einschlagen oder auch Fragen stellen. Was willst du eigentlich von mir? Was soll denn der Scheiß überhaupt wütend werden? Oder auch Verständnis zeigen. Vielleicht hast du mir irgendwas zu sagen, vielleicht gibt es irgendwas, das ich mir anschauen sollte, dann zeig es mir bitte. Aber bitte nicht in der Form. Oder wenn du das Gefühl hast, die hat eher etwas mit dir selber zu tun, die repräsentiert vielleicht einen Anteil von dir. Du kannst sie zum Beispiel auch umarmen. Probier verschiedene Sachen aus. Allerdings muss ich dazu sagen, solche Nightmare-Rescripting-Imaginationen eignen sich eher für während des Tages. Oder wenn du gerade aus dem Albtraum aufgewacht bist. Aber ansonsten könnte es vielleicht zu sehr arousing werden, sodass du dann dich zu sehr mitten in der Nacht mit krassen Emotionen beschäftigst. Das willst du ja eher vermeiden, wenn du versuchst, einzuschlafen. Deswegen würde ich es nur dann machen, wenn die krassen Emotionen sowieso schon da sind. Oder wenn du die Zeit hast am Tag, wenn du eben gar nicht einschlafen musst, sondern dich gezielt mit dem Scheiß auseinandersetzen willst, damit du den irgendwann los wirst. Und da habe ich noch eine Immagination, eine Hypnose, die mit einer Regression arbeitet. Das heißt mit einer Rückführung in die Vergangenheit. Das ist wirklich etwas, was ich nur während des Tages vorschlagen würde. Und für Leute, die sich jetzt gar nicht mit Hypnose auskennen, die sollten das dann eher im Rahmen von einer Hypnose-Therapie machen, also mit jemand Erfahrenem zusammen. Also da geht es wirklich um Trauma-Heilung im Kontext von Schlafstörungen. Und das basiert darauf, sich vorzustellen, man wäre nachts im Bett und dann geht man die verschiedenen Uhrzeiten durch, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und bei jeder Uhrzeit guckt man, wie man sich fühlt und ob man jetzt Probleme hat zu schlafen oder nicht. Wichtig ist, dass es nicht realistisch sein muss, sondern man stellt sich das einfach vor und guckt, was in der Vorstellung dann passiert, ob dann irgendwelche unangenehmen Emotionen hochkommen bei einer bestimmten Uhrzeit. Und vielleicht auch irgendwelche Vorstellungsbilder, die damit assoziiert werden, auch wenn das jetzt gar nicht in der Realität beim Versuch einzuschlafen passiert. Wenn man dann diese Emotionen oder Vorstellungen hat, dann soll man sich in die Vergangenheit zurückversetzen. Und da gibt es verschiedene Tricks zu Hypnose, Tricks zur Regression. Zum Beispiel sagt man, ich zähle jetzt bis 5 und wenn ich bei 5 bin, dann bist du in der Vergangenheit in dieser Situation, als sie zum ersten Mal aufgetreten ist. Oder man stellt sich vor, in einer Zeitmaschine oder in so einem Fahrzeug zu sein und dann fährt man rückwärts durch die Zeit. Wichtig an der Stelle ist, dass man sich immer klar machen muss, und das ist dann eben die Hypnotherapeutin, die einem das klar macht, dass man jetzt hier in dieser vergangenen Situation in Sicherheit ist, weil das alles nur eine Vorstellung ist. Und dann geht man diese Situation durch, wahrscheinlich ein Trauma, soweit man emotional dazu in der Lage ist, achtet darauf, wie man sich fühlt und macht sich klar, dass man diese Situation irgendwie überlebt hat, dass man das Ganze überstanden hat. Ja, und dann gibt es diese Rescripting-Ansätze, wo man sich dann also vorstellt, man geht diese Situation mehrmals durch und bei jedem Mal verändert man ein bisschen was. Und zwar nicht, um die Erinnerung zu ändern, sondern um den eigenen Umgang damit zu ändern. Zum Beispiel stellt man sich vor, dass man das Ganze von außen betrachtet und man ist quasi das Zukunfts-Selbst, also aus der Gegenwart kommend, und unterstützt das Alte-Selbst, das kleine, junge, vielleicht Kindheits-Selbst, das innere Kind. Man kann sich einfach verschiedene Dinge vorstellen, was man will, wie man dieses innere Kind unterstützt bei der damals schlimmen Situation, was man ihm sagen würde oder was man den Tätern gegenüber tun würde. Also ganz ähnlich wie bei dieser Albtraum-Rescripting-Vorstellung. Genau, und dann geht man das Ganze nochmal durch, diesmal aus der Perspektive des Vergangenen selbst wieder, aber man hat jetzt eben diese Unterstützung vom Zukunfts-Selbst, die man sich zusätzlich vorstellt. Und man achtet immer wieder darauf, wie man sich jetzt fühlt, ob das jetzt irgendwie sich besser anfühlt und ob man nochmal was ändern möchte in der Vorstellung. Bis man so viel inneren Beistand aufgebaut hat, dass man mit der Erinnerung einfach besser umgehen kann, dass sie einen nicht mehr so stark belastet. Und am Ende kommt natürlich wieder eine Rückführung in die Gegenwart. In der Hypnose werden auch immer mal Anker benutzt. Die bestehen im Prinzip in einer Konditionierung. Ein Hypnose-Protokoll sah zum Beispiel folgendermaßen aus. Du stellst dir vor, du bist einem sicheren inneren Ort, an dem sonst niemand sein kann, an dem du dich geschützt und geborgen fühlst. Dann stellst du dir die Landschaft oder die Umgebung vor, wie die aussieht, sich anfühlt, anhört. Und dann erinnerst du dich an eine Zeit, als es dir richtig gut ging, als du dich total geborgen oder glücklich gefühlt hast oder als du dich geliebt gefühlt hast. Und du erinnerst dich vor allem an das Gefühl. Und wenn du dieses Gefühl dann fühlst, dann kannst du einen Anker setzen. Was sie in der Studie gemacht haben, sie haben das Handgelenk berührt und diese Berührung einfach verankert mit dem Gefühl. Und dann auch die posthypnotische Situation ausgesprochen, dass man jederzeit, wenn man das Handgelenk berührt, dieses Gefühl wieder fühlen kann. Das hilft dann für Akutsituationen, wenn man sich total durch den Wind fühlt, wenn man Katastrophengedanken hat, während der Nacht zum Beispiel, oder einfach Sorgen durch den Kopf gehen. Dann kann man sich dieses Gefühl hervorrufen und dann besser schlafen. Und man kann natürlich auch komplett andere Anker machen. Ein Tipp, der ja bei der Schlafhygiene immer gegeben wird, mach dir ein Einschlafritual. Das kann eben auch darin bestehen, dass man irgendwelche Trigger-Wörter oder Trigger-Tätigkeiten, vielleicht auch Trigger-Vorstellungen, also Imaginationen, sich ausdenkt und die dann immer wieder anwendet, die man mit dem Gefühl von Müdigkeit, von Einschlafen, Entspannung und Gemütlichkeit verbindet. Und dann kann man das immer in den Situationen, wo man dann Schwierigkeiten hat, auch einsetzen und dann gelingt es sehr viel besser, den Zustand zu wechseln. So, das war es erstmal an Imaginationen, Hypnose, Techniken. Bedient euch daraus, baut euch irgendwas daraus zusammen, probiert herum. Wichtig ist natürlich der Hinweis, dass allein das nicht unbedingt ausreicht. Wenn ihr Glück habt, vielleicht schon. Ansonsten gilt, was ich auch am Anfang in der ersten Episode schon gesagt habe, dass man in mehreren Aspekten des Lebens die Ursachen für schlechten Schlaf angehen muss. Dazu gehört natürlich der Schlafrhythmus, die Schlafhygiene, aber auch die grundsätzliche Lebensführung, der Stresspegel im Leben, der vielleicht zu teilen unnötig ist und auch zu teilen natürlich geändert werden kann. Manches kann man nicht ändern, das ist klar. Und dazu gehört auch die Behandlung von Grundkrankheiten, seien es jetzt körperliche oder psychische Sachen. Ich hoffe, ihr habt Erfolg. Schreibt mir gerne Kommentare dazu. Ihr könnt mich auch per E-Mail erreichen unter traumbewusstsein.gmail.com. Und dann bis zum nächsten Mal. Schlaft gut. Schlaft gut.